Ein wunderschönen Samstagvormittag. Wir sammeln heute fünf Ruhnen ein und holen uns die auch. Öffnen das Paket. Ich habe ja schon ein bisschen rumgeguckt, nicht wundern. Ich habe aber noch nichts gemacht. Ich habe nur nachgeschaut. Und wir bekommen wieder mächtig Runen. Weg mit dem Korn. Können wir was levelen? Nein, noch nicht. So, wir gucken hier mal rein. Fisch, das ist gut. Ja, nicht mehr, dass ich mich heute ein bisschen komisch anhöre. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen und deshalb höre ich mich ein bisschen komisch an. So, na, ausnahmsweise. 24, meine Güte. Jawoll. Gut. Sechs hinüber. Aber kriegen wir wieder. Alles gut. Ne, warte. So. Einen proben wir noch. Kann man hier was machen, du? Kann man nicht. Nein, natürlich nicht. Warum auch? So. So. Es ist ja gerade nichts Besonderes. Also machen wir den Kram. Hier. So. So. Kann man irgendjemanden los schicken? Oder irgendjemanden so ein Ding schicken? Ja. Außerdem mit den Lampen ist wieder alles Paletti. Das kann man wieder besser mal weitermachen. War nur eine Lampe. Ups. Eine Lampe, die gefehlt hat. Ja. Das mache ich dann nachher. Das einsammeln. So. Hier war es mal an. Warum wird es einmal gesagt? Keine Ahnung. So. Täglich her lohn. Ich finde es gut, dass die es hoch gemacht haben. Weil, ja. Das passt einfach. So. So. Ein polierten Bernstein. Können wir noch mal los? Nö. Mit den anderen Drachen klappt es besser. Also mit den Legenden Drachen. Dann wird's. Wenn wir den Grün tot haben. Dann läuft das. Dann läuft's. So. Dann haben wir wieder unser Reihenfolger. So. Dann haben wir wieder voll. Ne, den können wir noch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Was können wir denn überhaupt. Ach ja. Ich hab hier schon mal angefangen. Maletwegen. Hauen wir rein. Die Sachen flutschen und lutschen. Ist eigentlich easy peasy. Aber, naja. so. So. Dann machen wir mal Dauer. Ups. Dann machen wir da hin. Das Schwüchen. So. Jetzt läuft's noch. Ja. Alles gut. Au. So. Leider haben wir den Sturm viel nicht bekommen. Aber, wir machen uns da nicht verrückt. Wir machen einfach weiter wie gehabt. Von daher. Ja. Jetzt ist es. Oktober. Mal sehen wir mal. Welche. Da kommen. Und. Die. Die. Vom ersten Video an. Schon.amb Geez. Und. 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 Ja. weil das erste mal so sind meine biebe ja letzte weile ich hoffe wir bekommen wieder so ein slot das ist so ein Frucht der Waisen. So. Okay, 11 Uhr 9 ist es. Ich würde bemerksam, wir machen nicht zu lange. Nämlich, ich mache heute Nachmittag nochmal eins, also ein anderes. Heute Nachmittag mache ich das Drachen Titanen Spiel und dann machen wir nochmal eine Runde Aufstieg vom Berg. Nämlich, es gibt ein paar Neuigkeiten und die will ich euch ein extra Video sein. Was man alles machen kann, was man entdecken kann und und und. Es gibt eigentlich ein paar neue Sachen. Aber nicht viel. Noch ein bisschen. Eine neue Tatenklasse, also eine neue Tatenfamilie und wir haben gewonnen. So. Schalalalalala. So. Was bekommen wir? Okay, Fisch. Fisch. Fisch kann das halt immer gebrauchen. Holz nicht. Mit Holz wäre ich nicht entstanden. So. So. Jetzt gucken wir, wieviel wir haben. Ähm. Schreibt mal in den Kommentaren jetzt, auf wen wir uns festlegen. Den, der exklusiv ist mit diesem, also der Reißhahn hier oder der, ähm, der Höhengraber oder Höhengraber, wie auch immer der heißt. Und, schreibt mal in den Kommentaren. Mal sehen, was die Mehrheit sagt, was wir schaffen. Es sind noch sechs Tage. Sechs, ich sag mal, vier Tage habt ihr Zeit zum überlegen. Und, ähm, dann müssen wir abgestimmt haben. So. So. How many kaffee loben? So. So. Man. I was an. Ne. Aber nicht. Jawoll. Reicht nicht ganz. Egal. So. Jetzt gucken wir mal auf Europa. Und machen wir auch unser Paket. Ich hab gestern beim Spielen den Sturm schnell auf Level... Also Stufe 18 bei Keilerei bekommen. Also auf meinen privaten Account. Nicht auf den. Auf den privaten Account. Das ist schon mal gut. Schreibt mal dir selber was in den Kommentaren. Für welchen Grafen Ja Ähm Am besten Hashtag Exklusiv oder Hashtag Einzigartig Ich Kann ja einmal Im Video vorschreiben, wie die das aussieht. Also In der Beschreibung Da Könnt ihn machen. Der Gegner kann jetzt mal hier. Wir pusten nur den Ohren weg. So. Also So. Nein. Es geht gut. Wow. Und da ist auch noch hier. Ah, ich hätte hier Slammwerfer gewacht, Mann, ich brenne ihn erstmal im Kühlschrank. So. Und bitte nicht wundern, wenn ihr mich ein bisschen verschnupft und so. Ich habe ein neues Video gestartet, weil mal wieder irgendjemand das zwischengeklasset hat. Und dann kann ich das jetzt einmal ausschneiden bei dem Video. Eigentlich soll das ein Ganzes sein, aber naja, egal. So. Eigentlich war es das schon. Kann man die Vinius zusammen machen? Weiß ich nicht. Ich probier's. Also, bis später. Schau. So. So. Wooh!